Hallo und herzlich willkommen hier auf smash.eu. Mein Name ist Smash und ich möchte mit euch heute eine weitere Runde Diablo 3 spielen und zwar jetzt mit einem 39er Rift. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob wir das schaffen, aber immer rein damit denke ich mal, es ist ja auch nicht schlimm, wenn wir das jetzt nicht schaffen. Das wäre jetzt das Erste, was wir mal nicht schaffen. Und ich denke, ich enthalte euch hier mal nichts vor, aber wir müssen uns auf jeden Fall beeilen und auf ein paar Pilots hoffen und vor allem auf gute Gegner hoffen. Ich habe hier keinen Bock, dass das so ein Sterbefest wird, weil das macht euch keinen Spaß, macht mir keinen Spaß, aber irgendwann werden wir wahrscheinlich an diesem Punkt kommen. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz einig, was ich dann machen werde. So, jetzt habe ich aufs Versehen schon wieder angefangen zu spammen beim ganzen Reden. Das ist auf jeden Fall meine erste Aufnahme, jetzt mal auch mit Webcam. Das heißt, ihr könnt mich auch sehen. Schreibt mir mal, ob euch das gefällt oder ob ihr das in Spielen wie Diablo überflüssig findet. Und ja, dann kann ich ein bisschen besser darauf eingehen. Jetzt habe ich natürlich, wie ich gerade sehe, die Verzauberin da gelassen. Die hatte ich nämlich für meinen Guide mal weggeschickt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, aber ich hatte die Tage einen Guide zum Witch-Doktor veröffentlicht, sowohl in Textform als auch in Schriftform. Das heißt, ihr könnt einmal auf smash.eu die Schriftform angucken und einmal hier auf den Channel die Textform. Ich denke, ist beides ganz interessant. Könnt mir auch gerne mal schreiben, was für ein Typ von Guide-Gucker, Guide-Leser ihr seid. Ich denke, für viele ist der Text-Guide recht interessant, gerade wenn man jetzt nicht sich stundenlang anhören möchte, was irgendjemand zu gewissen Sachen sagt und vielleicht manchmal auch einfach nur den Bild sehen möchte oder sehen will, hey, kann ich die Items gebrauchen, was sind meine Stat-Prioritäten und so. Und das am besten auf einen Blick und direkt hinscrollen und nicht das ganze gelabert rumherum und durchskippen. Kann ich mir vorstellen bei den einen. Und die anderen, die suchen vielleicht auch so ein bisschen die Art und Weise, wie sie was kombinieren können, wie sie das ganze spielen, wie sieht das ganze aus, wie verwende ich das. Und da finde ich, ist so ein Video-Guide halt um einiges besser für geeignet. Weil meiner Meinung nach kann ich in einem Video-Guide halt einfach viel, viel mehr erzählen. Also natürlich wird das dann lang. Deswegen habe ich den jetzt zum Beispiel ja auch in zwei Teile gesplittet. Weil ich denke mir so ein 40 Minuten bis 60 Minuten Video, das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Gerade wenn man zum Beispiel sich jetzt nur wegen der Ausrüstung erkunden will oder eigentlich nur die Fertigkeiten sehen möchte oder oder oder. Dann ist das vielleicht ganz angenehm, dachte ich, wenn ich das mal so ein bisschen unterteile. Aber wir sind auf jeden Fall schon gut hinterher in der Zeit. Aber wir sterben hier noch nicht so wild. Von daher ist das nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Mal gucken, wie lang wir brauchen. Also ich werde mir jetzt hier keinen abhetzen. Auf jeden Fall mal heute. Passend zur Eile hier oben. Komm, die paar können wir aber auch stehen lassen. Aber wo geht's lang? Geht's hier oben lang oder geht's da unten lang? Ist halt auch immer so eine Sache. Oder ist das wieder so ein Rundgang? Ich weiß nicht, wie viel mir diese groteske bringe ich. Kann man auf 8 und 12 Prozent? Ah, okay. Vielleicht habe ich zu spät geguckt. Oder sie bringen keinen Prozent. Kann natürlich auch gut sein. Aber da hätte ich halt auch gerne mal eine detailliertere Ansicht. Nun gut, wo war ich? Ähm, genau. Guides und Videos und Co. Also, ich hatte die Tante wegen des Guides weggelassen. Ähm, und neben den Videoguckern und Textlesern, oder vielleicht auch beides, vielleicht guckt man sich ein Video an und guckt danach nochmal eine Textguide rein, weil man manche Sachen nicht so genau verstanden hat, beziehungsweise nochmal genauere Sachen nachsehen will. Also, ähm, das verstehe ich zum Beispiel ganz gut. Ich persönlich glaube, ich bin eher so einer, der, ähm, wenn's jetzt um spezielle Builds oder um Guides zu diversen Klassen geht, da, ähm, greife ich dann ganz gerne auf schriftliche Sachen zurück. Aber weniger auf Guides als solches, sondern ich liebe halt, mir das Ganze so ein bisschen selber rauszusuchen, so ein bisschen selber auszuprobieren, wie ich ja vielleicht auch in dem Video schon mal erzählt hatte, wo es um die Mods ging. Am liebsten würde ich das Ganze halt komplett selber analysieren. Ähm, probiere ich auch, wo ist möglich, wenn mich so ein Spiel fesselt. Ähm, ist halt, wie gesagt, hier teilweise leider nicht immer so leicht, beziehungsweise nicht so legal. Ähm, und ansonsten gucke ich halt gerne in Foren, wo Leute sich halt so wirklich Theory-Crafting-mäßig, also, ähm, mehr so in die Statistiken reingehen, ein bisschen tiefer in die Materie reingehen, Gedanken gemacht haben. Das heißt, sei das auf Reddit oder in den Blizzard-Forens selber, da gibt's teilweise auch ganz nette Posts, oder auf diversen anderen, andere Seiten. Das ist dann halt meist im Englischen. Äh, denke ich, können aber die meisten von uns ja hier eh. Okay. Und, ähm, ja. Gerade zum Beispiel, was die Fetische angeht, ganz am Anfang, als ich mir dachte, boah, so ein Zoo-Guide, beziehungsweise so ein Zoo-Bild wäre doch mal nicht schlecht. Äh, da fehlte mir das noch so ein bisschen im Internet, habe ich so ein bisschen rumgeguckt, und ein paar Wochen später, nachdem ich mir einige Gedanken gemacht habe, habe ich dann auch ein Guide gefunden. Beziehungsweise, das heißt, ein Guide. Also, eigentlich einfach nur ein Thread im Blizzard-Forum, und da sind wir tot. Ich glaube, das erste Mal. Aber es fehlt auf jeden Fall nichts, wenn ich mir hier so die Zeit anzuhöre. Naja, auf jeden Fall war das ein Thread im Blizzard-Forum, und der hat die Fetische komplett analysiert. Das heißt, wirklich, ein bisschen ins kleinste Detail, was macht welcher Stat, was bringt was, was bringt. Äh, nicht nur die Stats, sondern auch, äh, Wirkung von außen, wie viel bringt was, und, und, und. Und, und ganz am Anfang war halt auch noch das Thema so, ähm, recht groß, was es ja immer noch ist, mit welcher Attacke spawne ich am besten die Fetische und sowas. Das ist dann teilweise echt viel Ausprobiererei und sowas, um die Faktoren rauszukriegen, oder Data-Mining halt. Aber sowas finde ich halt extrem spannend, gerade wenn es um Zahlen geht und alles, da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Genau. So, ich guck mal hier das hier. Also, es geht ja ganz gut, also, aushalten tun wir genug, wenn ich ein bisschen aufpasse. Das Problem ist halt echt der Schaden jetzt, ne, langsam. Ich spiele momentan halt auch leider nicht so viel. Bisschen arbeitsbedingt und so. Hab gerade recht viel zu tun. Von daher ist es nicht immer ganz so einfach. Außerdem ist jetzt die Playstation endlich mal angekommen, nachdem wir da so ein bisschen Stress hatten und auf Ebay eine bestellt hatten, die dann doch nicht angekommen ist. Gott sei Dank aber hier mit PayPal und Ebay-Käuferschutz. Das heißt, dann muss man zwar dem Verkäufer quasi so eine Nachricht schreiben und dann, wenn der innerhalb von 10 Tagen dann nicht darauf reagiert, dann schaltet sich Ebay ein und dann haben wir auch das Geld wirklich exakt nach diesen 10 Tagen zurückgekriegt. Das ging dann richtig schnell. Weniger als 24 Stunden haben die gebraucht und dann war das Geld überwiesen. Also, da war ich echt beeindruckt. Lief perfekt. Aber das hieß halt letztendlich, dass wir erst einmal halt warten wollten, na, kommt sie vielleicht doch noch an? Als wir uns dann recht sicher waren, ne, die wird wohl nicht mehr ankommen, dann haben wir Ebay eingeschaltet und dann muss man nochmal 10 Tage warten. Das heißt, da sind dann halt auch nochmal so zwei, drei Wochen insgesamt so für draufgegangen. Beziehungsweise nicht ganz drei, aber so um den Dreh halt, ne. Und dann halt nochmal wieder die Tage gucken nach einer neuen. Wir hatten halt leider gerade das Amazon-Angebot da verpasst gehabt. Man will ja aber auch keine neue bestellen, während man quasi noch nicht das Geld wieder hat und so. Äh, denke ich, kann man ganz gut verstehen, weil, weißt du, am Ende sitzt du dann da, hast dann kein Geld, hast keine Playstation, beziehungsweise schon eine neue bestellt oder die alte kommt dann doch noch oder was weiß ich. Es wäre halt auch scheiße gewesen, so, ne. Von daher haben wir dann gewartet, bis wir das Geld wieder hatten und haben dann uns jetzt eine neue gekauft. Die ist dann jetzt auch angekommen am, boah, lasst mich nicht lügen, am Samstag. Samstag, ähm, Samstag waren wir dann natürlich auch weg und Sonntag auch, sodass wir eigentlich, ich habe es gestern Abend, also gestern war Sonntag, für mich ist gerade Montag, habe ich dann noch eine Runde Bloodborne ausprobiert. Das lag nämlich schon seit Bestellung der ersten Playstation hier. Das war dann natürlich mit Amazon Prime direkt am nächsten Tag da. Äh, ich habe mich auf jeden Fall sehr darauf gefreut. Der Hype ist jetzt leider ein klein bisschen verklungen, aber ich liebe diese Art von Spielen. Leider, ähm, ist es mir momentan noch nicht möglich, das aufzunehmen, sonst hätte ich das definitiv gemacht. Obwohl es dann natürlich auch sehr, sehr viele andere Kanäle gibt, die das schon machen. Aber ich bin ein sehr, sehr großer Dark Souls-Fan und habe da etliche Stunden reingesteckt in dieses Spiel. Ähm, habe da recht viel PvP betrieben, habe da einige 150er jetzt wieder in Dark Souls 2 gehabt, ähm, in diversen Varianten. Ähm, also eigentlich mehr oder weniger alles mal ausprobiert. Wohl hauptsächlich habe ich so ein Combat Mage mehr oder weniger gespielt. Ähm, hauptsächlich Zauber, ein bisschen Nahkampf. Ähm, als zweites hatte ich so ein... Wie, naja, W.O.W. wird man wahrscheinlich eher so Paladin dazu sagen. Und dann habe ich mir noch so ein paar Special Builds gebaut, das heißt Items gesucht, die sehr, sehr selten sind. Ähm, wo man wirklich aufpassen muss, wo es sein kann, dass wenn man Gegner, ähm, besiegt, man keine Chance mehr hat, an diese Gegenstände zu kommen. Zum Beispiel gibt es da einen Boss, der hat zwei, ähm, Ads, die er spawnt. Und diese Ads haben die Chance, ein bestimmtes Items-Set quasi zu droppen. Also vom Aussehen her ist das ein Set. Und die zwei Ads, wie gesagt, da kommen halt nur zwei pro Kampf und das ist die einzige Quelle dafür. Wenn man den Boss tötet, hat man keine Chance mehr da ranzukommen. Außer man fängt halt mit New Game an, das heißt auf einer schwierigeren Stufe. Hm. Macht aber nicht so viel Sinn, gerade wenn man auf einer gewissen Stufe PvP machen will und so, dann noch höher zu gehen. Also meistens habe ich meine Charaktere einmal ins New Game Plus gespielt, auf 150. Und dann war gut. Ähm. Das hat dann auch irgendwann so eine gewisse Routine gehabt. Äh. War dann aber halt, wie gesagt, so eine Sache, da muss man dann ein bisschen aufpassen, gerade wenn man schon ein bisschen mehr Damage gemacht hat. Ähm. Das habe ich mir dann zusammengesucht. Solche Sachen, das hat mir echt Spaß gemacht. Muss halt auch gucken, ähm. Gab's noch zum Beispiel, hatte ich so Faustwaffen zu dem Set noch, die da meiner Meinung nach extrem gut zugepasst haben. Da ist dann halt wieder die Sache gewesen. Äh. In Dark Souls ist es so, dass, wenn man Mobs eine gewisse Anzahl, ähm, tötet, dann verschwinden die. Dann kommen die nicht wieder, wenn man das nächste Mal spawnt. Ich weiß nicht, wie viele von euch das gespielt haben oder sich damit auskennen. Deswegen erzähle ich das mal für die, also, nicht wundern, für diejenigen, die das wissen. Und, da ist halt echt das Problem, entweder du kriegst dieses extrem seltene Item dann in der Zeit, oder du hast halt Pech gehabt. Dann darfst du das Spiel bis dahin nochmal spielen. So, ich muss hier wegkommen. Ähm. Das war knapp. Weil du keine andere Chance hast, dann an dieses Item ranzukommen. Und das hat Gott sei Dank gerade dann noch so in den letzten Versuchen bei mir hingehauen. Äh. Äh. Das, das macht mir schon Spaß. Aber da kann, in dem Spiel kannst du auch echt gut Theory craften und so, weiß nicht. Mag ich. Das ist ein bisschen anspruchsvoller. als, äh, so diverse andere Spiele. Mein Diablo jetzt hier, ist momentan spiele ich das lieber so ein bisschen casual mäßiger. Wie gesagt, hauptsächlich das an der Zeit. Aber jetzt bei Bloodborne und so, da habe ich auf jeden Fall enorm Lust drauf wieder. Und, bis jetzt spielt es sich extrem flüssig. Ich habe halt den Vorteil, dadurch, dass ich das Ur so spät erst jetzt quasi spiele, habe ich schon einen Patch, der mir die Ladezeiten extrem reduziert. Also, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber am Anfang gab es halt Ladezeiten, die waren so, ja, teilweise bei zwei Minuten und so. Das war, also nach jedem Tod und man stirbt halt ziemlich häufig in dem Spiel. Ähm. Beziehungsweise zumindest an manchen Stellen. Zwei Minuten warten, ich weiß ja nicht. Also, das ist, ist, ist eine Menge. Inzwischen sind es dann, weiß ich nicht, ich hatte jetzt das Gefühl, das wären so 10 Sekunden gewesen. Lass es 20 sein. Das ist auf jeden Fall für eine Playstation einigermaßen okay. Und ich habe keine SSD in der Playstation drin jetzt, ne. Ich bin da ganz zufrieden mit. Noch läuft alles und spielt sich echt gut. Es ist halt, es spielt sich eigentlich, ich will nicht sagen, genauso wie Dark Souls, weil das stimmt nicht. Man spielt nicht mit Schilds, das heißt, man blockt nicht, man weicht recht viel aus. Und man geht auch ein bisschen aggressiver an die Sache ran. Hab ich zumindest das Gefühl. Also bei den Soul-Spielen bin ich teilweise mit manchen Klassen definitiv defensiver unterwegs gewesen. Hab lieber jeden Schlag mal so ein bisschen abgewartet und dann immer dazwischen geschlagen, wenn ich die Gegner noch nicht kannte. Später war das, wie gesagt, also ein bisschen routinierter. Und hier war es dann tatsächlich ein bisschen anders. Bis jetzt, also ich weiß nicht, was da noch kommt. Ich habe mich extra nicht spoilern lassen. Ich habe am Anfang so sieben Videos jetzt bei P-Suite mal geguckt gehabt. Die sind da ja auch nicht so schnell. Das heißt, da spoilert man sich auch nicht. So, guck mal, da haben wir gerade mal 60 Prozent und das Rift schließt sich. Und weil ich so ein bisschen reingucken wollte, ich konnte es nicht lassen. Ich war damals schon auf der Mensch, wie heißt das denn jetzt? Gamescom? Entschuldige, mir ist dieser Name mir ist gerade die ganze Zeit nur Game 1 im Kopf rumgeschwebt. Also auf der Gamescom wollte ich da letztes Mal hin. Ich war am Fachbesuchertag da und hatte die Hoffnung, deswegen recht schnell da hinzukommen. Allerdings bin ich dann halt auch direkt mit reingestürmt, hatte aber vergessen, mir ein Altersbändchen zu holen. Schönen Dank auch. Das heißt, ich muss dann nochmal über das Gelände wieder sonst wohinren und mir so ein scheiß Altersbändchen holen, um vorzuweisen, dass ich auch meine 18 beziehungsweise 16 muss man für das Spiel sein bin. Und als ich dann zurückkam, obwohl ich echt da über die Messe gerannt bin, war da schon eine Schlange von 5 Stunden und das am Anfang des Tages beim Fachbesuchertag. Ich habe dann da 2 Stunden angestanden in der Hoffnung, dass ich da irgendwie dann doch noch rankomme, dass es schnell geht. Aber ich hatte dann halt auch noch Termine. Ich habe mich zum Beispiel mit Vendian dann halt noch getroffen gehabt und Co. ein paar Freunde noch gesehen und kannte, die man halt sonst nicht so sieht beziehungsweise wollte halt zu manchen Shows und Events da sein, ein paar Let's Player begrüßen, Hallo sagen und so weiter. Und naja, ne, dann waren diese 5 Stunden mir dann doch ein bisschen lang und das hat dann irgendwie nicht so hingehauen. Deswegen bin ich umso mehr froh, dass ich es endlich mal spielen kann. Ich war ja auch lange am Zweifeln, ob ich mir jetzt wirklich nur dafür eine Playstation kaufen möchte. Meine Freundin hat mir dann die Entscheidung so ein bisschen abgenommen, denn die wollte unbedingt eine Playstation, weil die ist nicht so der Computerspieltyp, aber die hatte auch Bock, mal eine Runde zu spielen. Und deswegen hat sie sich hier auch mehr gekauft als ich und ist da ganz glücklich mit und ich habe dann halt natürlich das Glück, dass ich jetzt halt mein Bloodborne da vernünftig mitspielen kann. Ja. Und wie sieht es hier aus? Haben wir jetzt 72% Zeit ist eh abgelaufen, das heißt kein Stress mehr hier. Dann kann ich mir mal das Kanalisieren zeichst da oben mit. Also der Schaden reicht halt einfach noch nicht. Also das sind jetzt auch keine so allzu nervigen Gegner. Also ich denke auch mit einem Zombie Rift. Vielleicht, ne. Also selbst mit einem Conduit, also Blitze, wie auch immer das auf Deutsch heißt, Verbindungspeilen, so war es, hätte ich das nicht geschafft. Also von daher ist das ganz okay. Wir gambeln gleich auf jeden Fall mal. Vielleicht ziehen wir dann noch irgendwie vernünftiges Kopfstück oder die ich weiß noch nicht, ich glaube ich gamble dann nur Kopfstücke. In der Hoffnung eine bessere Jerrams Maske zu kriegen. Da kann man nochmal bis zu 25% raus holen oder halt die Carnivals Fratze. Da kriegen wir auf jeden Fall zwei Sachen, die wir brauchen könnten. Ansonsten würde ich halt als nächstes wahrscheinlich die Handschuhe googeln, sag ich schon. Gambeln. In der Hoffnung auf einen Tafkan Theo. Hieße dann wieder, dass wir als Ring zu niemals anziehen müssen. Da habe ich jetzt zwar einen, aber der ist nicht so gut. Ich weiß noch nicht. Also es gibt auf jeden Fall noch eine Menge zu verbessern. Wie gesagt, hier eine Waffe auf jeden Fall auch noch. Star Metal oder den Dagger of Darts Dolch Pfeil irgendwas. Ich habe es echt nicht so mit den deutschen Begriffen beziehungsweise mit der deutschen Übersetzung hier. Weil ich das halt eigentlich sagen wir mal zu 90% immer auf Englisch gespielt habe. Ich habe es jetzt mal für das Let's Play auf Deutsch gestellt. Ich weiß nicht, ob es euch stört, aber ich dachte, hey, deutscher Kanal, dann machst du die Spiele auch mal auf Deutsch. Vielleicht hast du auch ein paar Jüngere dabei oder ein paar Leute, die nicht so gut Englisch sprechen. Für die ist das dann vielleicht angenehmer. Vielleicht spielen die meisten auch selber auf Deutsch. Also ich glaube, in die Richtung ist das auf jeden Fall höflicher als in die andere Richtung. Und daher mache ich das erst mal so. Wenn ihr das anders seht, könnt ihr mir das natürlich auch gerne schreiben. Also ich kann es nicht oft genug erwähnen. Ich bin immer offen für Kritik und ich wünsche mir eigentlich auch, dass ihr mir eure Meinung schreibt. Ich spame hier schon wieder meine Heimsuchung. Denn darauf bin ich angewiesen auf eure Kritik, auf eure Meinung. Anders habe ich keine Chance mich zu verbessern. Das zieht sich jetzt ganz schön. Sehen wir wie lange wir hier schon drin sind? Ne, ne? Der Rift Boss kommt dann auch noch. Ich ziehe auch wieder viel zu selten meinen Tod haben. So. Da kommt nächstes eben. Da kommt was uns da erwartet. Dum dum. Na. Na, Riat Krater. Oh, Geister. Geht doch weg. Geht doch weg. wohl, das geht auch noch. wir kommen ja echt weit mit unseren Attacken. Die Fetische kommen da zwar nicht ganz dran, aber das geht. Die One-Hitten ganz der Dank unsere Fetische nicht mehr. Das war früher so extrem. Also, ich weiß nicht, ob T4 teilweise an, die Fetische beziehungsweise auch die anderen Pets einfach mal so gewonhitted haben. Und dann bin ich wieder tot. Jedes Mal und man die halt wieder neu beschweren muss. Da war man echt problem so ein Kukri hatte. Egal ob man die dauerhaft draußen haben konnte oder nicht. Weil die einfach so oft weggestorben sind. Die haben zwar gut Damage gemacht und wurden immer mehr gebufft und gebufft und gebufft aber hey. Na. Ich will nicht schon wieder drauf gehen. Ich drehe mich gerade mal ein bisschen. Bin natürlich auch schön aus dem Totem raus gelaufen. Naja ansonsten wären wir eh gestorben. Der ist gleich tot. Aber der Mörser der ordentlich rein springe wieder. Aber wir haben noch den cooldown wieder auf. Soul Wessel Gefäß für den Geist. So Wässer down. Muss mal mein Kopf klein bisschen beugen weil ich sehe da rechts die Status Leiste gar nicht. Die wird von dem Mikro verdeckt. Für alle die sich fragen was das für ein Mikro ist. Ich glaube die meisten Sachen habe ich auch unten in der Beschreibung drinstehen. Also falls sich jemand für meine Hardware interessiert einfach da nachgucken. Ansonsten wenn irgendwas nicht steht fragt. Das Das hier ist auf jeden Fall ein Road Podcaster für die jenigen die es jetzt direkt interessiert wo ich schon angeschnitten habe. Und die Kamera ist die Logitech hast du nicht gesehen Pro ich vergesse immer wieder den richtigen Namen aber ich glaube da gibt es nicht so viele gab es momentan bei Amazon irgendwie für 73 Euro oder sowas macht Full HD finde die Aufnahme ganz angenehm bin recht zufrieden bis jetzt ich hatte erzählt ich habe vorher den Camcorder da den Legria von Canon geholt gehabt in der Hoffnung dass ich die auch irgendwie ansatzweise vielleicht als Coops aus hier Webcam verwenden kann ging dann ja nicht und dann habe ich die zurück geschickt das ist ja bei Amazon echt so einfach Ausdrucken drauf kleben und bei Hermes oder bei nächsten Poststelle abgeben und die ist ja meistens echt direkt um die Ecke beim nächsten Kiosk oder Lotto Toto oder was weiß der Teufel Waschküche oder was es da nicht alles gibt nicht Waschküche wie heißt das hier Reinigung das war echt angenehm ich bin gerade ein bisschen konzentriert hier den ganzen Pfützen auszuweichen zumindest hier mal den explodierenden Frostnobern ja bei den grünen Zeug wie ihr seht kann man ganz gut durchrennen solange man nicht stehen bleibt weil dann fängt es an höher zu ticken für alle die das noch nicht wussten na so muss ich gleich noch ein bisschen mehr auf Synchronität achten als sonst also ich gebe mir da schon immer recht große Mühe aber mit so einer Webcam ist es natürlich wichtig dass die Lippen und der Ton zusammenpassen ne aber das sollte klappen von Kälte zu Kälte hier also ich glaube wenn ich jetzt mal so hier nach links gucke sehe ich da was von 24 Minuten circa die wir hier schon aufnehmen das mit den was mache ich denn Blutsplittern wird wohl in dieser Folge nix mehr vielleicht lade ich so eine kleine Gamble Special Folge an hinten dran das heißt ich würde die Blutsplitter wahrscheinlich einmal voll farmen beziehungsweise vielleicht mache ich auch eben ein Video mit einem kleinen Speed Adventure Mode wie heißt es gleich hier Säckchen Akt 1 Farm beziehungsweise Würfel sind es ja inzwischen und schneide es da hinten ran ich gucke mal je nachdem wie lang das wird weil ansonsten haben wir so ein eine Minute Video ich gucke mal also ansonsten ich denke mal jetzt hier mit 30 30 Minuten wäre dann doch ein bisschen krass jetzt gucken wir erstmal was wir kriegen Stiefel Beinschutz Voodoo Maske schon ich trau mich gar Leute seht ihr was ich sehe ist sie bitte lass sie gut sein bitte lass sie gut sein das kommt uns doch gerade recht das kommt uns gerade recht wenn die gut ist dann brauchen wir auch gar nicht meinen Kopf zu gambeln dann gamble ich wahrscheinlich die Anschuhe besser lohnt sich so wenig egal wir gucken erstmal haben wir das ist eine kette steine kriegen wir eh nicht mehr hier stein aufwerten ich weiß ich weiß ich muss da mal in manche steine ein bisschen mehr reinstecken ich glaub steck jetzt erstmal hier was rein so noch haben wir eh eine 100% chance was kriegen wir denn da noch für erfolge kommen gleich mal rein aller guten dinge sind drei das heißt wer hatte drei legendäre gegensteine auf 15 auf ist äh moment ich hab den gerade auf drei aufgewertet egal hervorragende rahmenbedingungen erhalte 400 zessionale erfolgspunkte in season 3 ja ein porträt rahmen wie das ist jetzt für das porträt ok ich hab mich gar nicht erkunden ich wusste gar nicht dass es dann neue rahmen ne äh oder krieg den erst nach der season also hier sehe ich ihn nicht egal ihr könnt mich aber aufklären wenn ihr das wisst äh ja keine ahnung ich gucke da nur mal ganz kurz drauf ne ja keine ahnung ist ja nicht so schlimm wir gehen jetzt auf jeden Fall noch zusammen einmal identifizieren die Zeit muss sein auch wenn wir dann an die 30 minuten wahrscheinlich stoßen hier mit der Ushi haben wir gesprochen ich beeile mich jetzt mal ein bisschen hier so komm identifizieren na komm ich muss das einzeln machen zumindest das item jetzt einmal eben ja ne int ist ok widerstände sind auf jeden fall auch ok crit könnte definitiv höher sein aber wir haben crit drauf aber ich glaube da ist immer crit drauf äh sockel können wir noch rein machen statt den geistersperrfeuer also ich will mich auf keinen fall beklagen ich bin sehr sehr froh sie jetzt endlich zu haben werde sie aber erst anziehen wenn ich auch den dagger habe so jetzt machen wir nochmal schnell den rest hier aber das in einem rutsch das ist echt cool äh weniger int weniger vit nö 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 das brauchen wir eh nicht äh und was haben wir hier unten noch nö meist 10% crit drauf leerer sockel und schaden und int aber unser höllenfeuer amulett hat den schönen sekundäreffekt also von daher wird das wohl auch nichts ja äh dann machen wir mal hier zu und mit diesem ergebnis okay wir haben uns am ende auch ein bisschen zeit gelassen aber mit diesem ergebnis verabschiede ich mich mal und sage bis zum nächsten mal wenn wir vielleicht eine runde gambeln oder halt auch mal vielleicht ein paar bounties machen oder das nächste rift vielleicht sind auch mal ein paar leute dabei ich weiß es noch nicht das nächste video wird definitiv spätestens übermorgen das heißt am mittwoch kommen darauf könnt ihr euch einigermaßen verlassen ich sag bis dann euer smash von smash.eu goh und 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 und